Hochland ist familiär, viele Herausforderungen, aber trotzdem super viel Spaß. Hochland Natec bedeutet für mich Technologie, Innovation und das Miteinander. Ich habe eine riesen Verantwortung, habe Spaß an der Arbeit und vor allen Dingen haben wir ganz ganz tolle Marken im Hause. Es ist einfach ein schönes, familiäres Miteinander hier. Wenn Probleme anstehen, gibt es keine Hürden, wie hier das hieß, sondern es wird gemeinsam an einem Strang gezogen, um das Problem möglichst fest zu lösen. Ich muss mich nicht groß stellen, ich kann sehr, sehr gut mit meinen Kollegen zusammenarbeiten, ich werde so akzeptiert, wie ich bin. Es ist wichtig, dass man Spaß bei der Arbeit hat und hier ist es auf jeden Fall gegeben mit den Arbeitskollegen und mit den Arbeitsprozessen, sage ich jetzt mal, also es macht wirklich Spaß. Man hat das Ziel im Blick, dieses Produkt zum Erfolg zu machen und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn es doch dann irgendwie dein Baby ist. Wir versuchen viel digitaler zu werden, die Kommunikation im Unternehmen zu verbessern. Wir können uns ganz schnell austauschen und da ist flexibles Arbeiten einfach möglich und dann bleibt nichts liegen und das ist toll. Für mich war mein duales Studium hier ein absoluter Gewinn, sowohl fachlich als auch persönlich. Man kommt wirklich mit jedem Kollegen gut zurecht. Man hat tolle Weiterentwicklungsmöglichkeiten, kann ein breites Spektrum an Wissen einfach mitnehmen. Ich kann es jedem einfach nur empfehlen, hier bei uns anzufangen und dieses Miteinander zu erleben. Man hat dasing, das ist alles, es geht nicht mit dem Kanal-Duck-Geräusche. Man hat das, was wir in deinen Namen. Man hat das, was wir in den Kanal-Duck-Geräusche und war am besten.